So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Village und wir sind noch bei Duke gerade drin, weil ich wollte mal eben gucken, was ich hier so machen kann, ob ich Minen herstellen will, Scharfschützenmunitionen, okay sowas zu erlernen ist bestimmt gar nicht mehr so schlecht, oh das ist gut, ich glaube das sollte ich machen. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze, ich hatte zwar bisher noch kein Problem, aber ich glaube das wird noch kommen, ich glaube das kaufe ich, ja, okay, direkt eine Trophäe gekriegt, läuft, so. Ja, bis nächstes Mal, oh wow, jetzt habe ich echt viel Platz, okay, das ist nicht schlecht, das bewegen wir jetzt mal hier hin, oh das sieht doch gut aus. So, guck mal, die Munition, ich sortiere mir das mal eben ganz kurz. Munition packen wir mal das da hin, ja doch, Dietrich packen wir mal hier hin. So, ähm, der Stand ist, wir brauchen, wir haben drei von vier Engelsmasken, so hier ist Dietrich, ich würde sagen, ich gehe da mal rüber, damit wir den Raum hier abschließen, oder? Also es muss ja nur irgendwo, Verkostungszimmer, Zellen, Schmiede, Eiserner, Schlüssel, ich glaube da muss ich hin. Das erste Untergeschoss. Zweite Untergeschoss ist fertig. Ich glaube hier muss ich nochmal hin. Das heißt, ich muss eigentlich nach unten. Das ist dann hier, ne? Da geht es runter, glaube ich. Ja, ich renne erstmal durch den Innenhof. Ich laufe einfach erstmal. Na, weiter. Na, hinten. Hallo. Hallo, hallo, hallo. And goodbye. Ah nein, hier geht es nach oben. Wollte eigentlich nach unten. Speicherpunkt. Da ist auch noch so ein Schmiede-Eiserner-Schlüssel. Okay, hier wollte ich gar nicht hin. Scheiße. Da jetzt. Gegenüber, wenn ich in den Konzertsaal gehe, dann komme ich ein nach oben. Ja, da ist auch so ein Dietrich. Ja, warte mal. Gehe ich nach oben. Der Schmiede-Eiserner-Schlüssel, der wird mir die Tür zur Bibliothek vor allem. Ja, dann gehen wir erst da hin. Gehe ich nach oben. Ja, dann gehen wir erst zur Bibliothek. Hallo. Was geht ab? Ich hoffe, Madame Dimitrescu taucht jetzt nicht auf. So. Hier ist noch irgendwas. Oh, die Musik wird dunkler. Das ist kein gutes Zeichen. Weil ich weiß nicht mehr, was hier war. War hier noch irgendwas? Irgendwas muss ja hier noch sein, sonst wäre das ja nicht so. Hinter den Dingern ist aber auch nichts. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Und da sind wir ja dann weitergegangen. Was ist denn damit... Warte mal. Hier kann ich noch rein. Okay. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Alles klar. Genau, hier war die Maske. Was ist denn da? Atelier. Oh, guck mal. Hier kann ich noch hingehen. Halle der Verzückung. Ankleidezimmer. Okay, dann gehen wir mal auf die... Warte mal, da muss ich... Einmal rüber. Auf die andere Seite. Ah. Fuck it, Alter. Hau ab. Untersuchen. Mal rauf. Okay, ciao. Oh. Hier ist sie sogar. Oh nein. Oh nein. Untersuchen. Was? So lässt es sich nicht öffnen. Ich habe doch die Maske genommen. Was soll sich denn da noch öffnen? Aber da kann ich weitergehen. Oh, krass. Und Silberring noch? Habe ich hier alles dann? Oh, ich habe... Ne, habe ich es doch nicht. Hm. Ich dachte, ich hätte alles hier. Was soll untersuchen? Was soll das denn bringen? Hier, schmiedeiserne Schlüssel. Steck ihn da rein, ey. Ich habe echt gedacht, dass... Ähm... Ich habe echt gedacht, die Dingens wäre... Äh... Warte, wo hatte ich denn vermutet, dass sie war? Hier, genau hier. Da. Da hatte ich eigentlich gedacht. So im Keller irgendwo, aber... Okay. Was kann denn jetzt hier noch sein, was ich nicht gefunden habe? Vielleicht gehört aber das, was da ist, dazu. Ich glaube, wir nähern uns dem Bosskampf mit Lady Dimitrescu, ne? Ich glaube, diese... Diese Masken, wenn wir die dransetzen, die werden sie... Ähm... Schwächen. Ne, ist aber nichts mehr. Ah, keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Hallo. Sollte ich vielleicht meine Pistole wieder nehmen? Ah, hier ist das. Gehört das? Nein, das gehörte zu dem Gang. Ach, undankbar. Was ist denn hier? Das triggert mich wieder enorm. Was hier irgendwas ist? Was ist das denn da oben schon wieder? Oh. Huh? Ach. Krass. So, was habe ich schon mal gesehen. Ich habe es aber nicht abgeschossen. Ah. Schweinebande. Er hat eine Schweinebande. Jetzt komme ich in die Waffenkammer. Hallo. Flintenmunition. Pistolenmunition. Das ist nicht gut. Also, wenn ich... So viel Munition kriege... Das ist nie ein gutes Zeichen. Ähm. 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 Hallo. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin gerade nicht bereit. Ich bin... Ich bin nicht bereit für dich jetzt gerade. Scheiße. Hallo. Nein. Nein, nein. Äh. Ich bin gerade überfordert. Ähm. Geh doch weg. Ja. Aber was war das denn jetzt für ein Move? Ich muss hier was mitmachen. Ach. Mädel. Mädel, gehen wir da jetzt gerade nicht mehr auf Eier. Ich will hier was machen. Da. Ja. Ah. Ein Loch sprengen. Aua. Ein Loch sprengen. Alles klar. Warte. Nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Warte. Warte, warte. Warte. Ich muss erst mal eben... Nein, nein, nein. Ja. Ach, Mann. 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 Ich will doch einfach nur... Ja, abgestanden. Ja, ja, hier. Wirf die. Wirf da. Kack. Ah, Mann, ey. Ah. Halt dein Maul. Ich komme hier nicht weiter. Ich hänge hier. Ach, Junge. Ich hänge hier. Was ist das denn? Ja. Ach, Junge. Es ist... Es ist so hohl. Es ist so hohl, dieser Kampf. Weil ich hier ständig an irgendeiner Scheiße hänge. Ja, ich will... Ich will eigentlich die ganze Zeit... Ich will die ganze Zeit schießen, aber... Komm her. Jetzt renn. Ich lasse dich nicht gehen. Nein, du gehörst mir. Halt dein Maul. Nur... Mir! Halt dein Maul. Sondern war das die letzte. Dann ist das hier auch der... Der Kampfort, ne? Um mit ihr zu kämpfen. Mein Gott. Das war aber auch mit engstem Raum, ne? Mann, Mann, Mann. Also. So. So, wir haben erstmal keine Arzneimung mehr. Die Olle, die hat echt alles rausgehauen jetzt. Was ist das denn hier? Achso. Was ist das wahrscheinlich? Okay. Jetzt gehe ich wieder zurück. Ja, jetzt muss ich ja in die Halle. Ja, aber hier komme ich noch nicht weiter. Ich muss irgendwie anders. Also zurück... Komme ich ja nicht. Ich muss irgendwie hier weiter. Hier durch die Tür? Ne, die Tür... Komme ich hier raus? Raus komme ich da auch nicht. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hallo. Gehen wir in den Ofen ein. In den Kamin. Nein, wo komme ich denn jetzt hier weiter? Das ging wieder auf. Also heißt das für mich eigentlich, ich muss zurück. So. Hier geht es nicht weiter. Da geht es auch nicht weiter. Muss ich vielleicht... Ne, das... Eigentlich... Eigentlich wollte ich das auch gar nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Wollte eigentlich... Das wollte ich auch nicht machen. Nein, ich wollte eigentlich... Den Ring testen, aber den kann ich gar nicht machen. Ah, warte mal. Kann das sein? Die Maske passt nicht. Ja, welche Maske war das denn jetzt nochmal? Die Maske passt nicht. Maske... Ey, äh, welche habe ich denn hier? Deswegen wollte ich ja eigentlich... Diese Jagd-Trophäe da draufsetzen, weil ich dachte, dann geht das hier wieder auf. Also irgendwie... Komme ich aber nicht... An diese Maske ran. So. Kann ich diesen Mechanismus kaputt machen hier? Ah, ne, so schnell kommt man... Also irgendwas... Ich muss ja anscheinend irgendwas hier... Hier hinlegen. Also irgendwas... Vielleicht ist das hier dann nicht der richtige Ort. Also vielleicht ist das nicht die... Waffe? Also die in die Maske? Jetzt hättest du da so ein wunderbares Rätsel, ne? Aber hier hinten habe ich alles. Was ich da brauche. Und ich könnte jetzt das Gebäude noch absuchen und gucken, ob da noch irgendwie eine andere Maske ist. Aber ich muss ja erstmal hier wieder raus. Also ich kann es ja nicht ändern. Ich muss mir merken, dass sie in der... Oh. Dass die in der Halle der Verzückung ist. Gut, das kann ich mir merken. Das Schlossdach. Ja, da habe ich irgendwas übersehen. Ja gut. Da nicht. Sondern wäre jetzt die einzige Sache noch, dass wir ganz nach unten gehen. Und das hier mal aufmachen. Zu den Zellen. Da muss ich da hin. Ich glaube hier die Küche, ne? Muss ich da in die Küche? Ich glaube schon. Oh. Das war knapp. Ich muss aber auch da lang. Hallo. Hallo Ma'am. Sie sind nur die Einzige jetzt. Drei Schwestern habe ich ja gekillt. Das ist nur die Herrin des Hauses da. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses, die Mitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja. Warum gehst du nicht einfach weiter? Ich nehme einfach die Maske, dann kommst du hier gar nicht rein. Haha. Aber ich muss doch irgendwas... Irgendwas muss ich doch hier hinlegen können. Ach, das ist... Das ist wieder so doof. Wo ist sie denn jetzt? Die zukünftigen Erbinnen des Hauses, die Mitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Ja, tut mir leid. Was soll ich machen? Nein, Küche. Warte mal. Warte, muss ich da lang? Ja. Ist hier lang. So, und jetzt? Oh. Was machst du hier? Muss ich verlaufen? Wo kommt... Hä? Was machst du denn da? Ähm. Hä? Hä? Geht's hier nicht mehr weiter? Hä? Hier ging... Hä? Ging's hier nicht mehr weiter? Ach, jetzt hab ich die Kackbratze hier an der Wacke. Ach, du hast... Ach, du hast... Ey! Du hast nur dein... Dein Schwert verloren. Ich dachte, du wärst tot. Drecksviech. Geht das hier nicht mehr weiter? Da. Da außen, dann links. Doch. Hä? Äh. Was war das denn jetzt? Warum laufen die jetzt hier überall rum? Da ist aber neu. Aber hier bin ich richtig. Kannst du nicht mal vielleicht deine Taschenlampe anmachen? Wie ging das nochmal? Konnte ich die selber anmachen? Weiß nicht mehr. Hallo. Es geht ab. Dein Maul. Oh. Nein. Nein. Ach, Junge. Du bist... Du bist... Echt... Echt eine Hohl... Birne, ne? Du bist vorbeigelaufen. Hallo, ich bin hier. Hallo. Okay, jetzt... Ist Schluss. Ja. Irgendwann ist auch mal Schluss. Hallo. Willkommen. Oh. Boah, hier sind aber viele. Hallo. Offener Fight. Dann nimm da deine Waffe. Mann, ey. Wie viele sind denn jetzt hier noch? Ich glaube, das waren alle. Das Erste. Natürlich den falschen Schlüssel genommen. Mach diese scheiß Tür zu. Rohrbombe. Die haben nicht mehr viel Schuss, ne? Ich glaube, ich muss nur eben Munition herstellen. Warte mal. So. Na. Okay. Das könnte interessant sein. Okay. Ich denke... Ich denke... Ich muss das hier anzünden, richtig? Also wenn hier ne... Warte mal. Was denn hier? Ja, das brauche ich, glaube ich. Ich glaube, ich muss diese... Diese Bombe werfen. Warte mal. Ich sollte mir vielleicht die Bombe mal auf den Schnellzugriff machen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile vielleicht besser als das Scharfschützengewehr. So. Okay. Dafür war die ja da. Und da ist das was? Naja, das hat nichts gebracht. Okay. Das nehmen wir auch. Jetzt muss ich gucken, dass diese Dinger... Dass es da dran kommt, ne? Aber das kann dann... Muss doch anders gehen als so, wie ich es hier mache, oder? Das funktioniert? Ne. Aber das muss doch irgendwie... Muss das doch irgendwie da dran kriegen können. Also ich bin der festen Überzeugung, dass die beiden Dinger brennen müssen. Kann ich das hier schieben? Nein. Das hätte mich auch gewundert, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ah, es hat funktioniert. Ha! Okay. War es genau richtig, wie ich es gemacht habe? Okay, das hat nichts gemacht. Jo. Und das ist jetzt aber... Eine schwierige... Schwierige Sache. Hallo. Wie soll ich das denn jetzt bitte machen? Vor allem, die bouncen halt so gar nicht nach. Ach ja, weil das ist ja... Eine richtig hohle Sache. Ah, hat funktioniert. Okay. Oh. Oh, ein blaues Auge? Wofür brauche ich jetzt ein blaues Auge? Hier in den Zellen ist immer noch etwas, was ich nicht gefunden habe. Die werden immer noch rot angezeigt. Das heißt, die... Ah, ne, die nicht. Ach so, ne. Jetzt bin ich hier. Ach so, jetzt gehe ich wieder hier hoch. Ja, gut, gehen wir hier hoch. Das ist okay. So. Jetzt lasse ich mich mal eben gucken, bevor wir jetzt weitergehen. Also. Zweites Untergeschoss haben wir. Verkostungszimmer. Da ist noch irgendwas. Das haben wir aber auch. Ich habe im Endeffekt jetzt alles... ...geöffnet. Außer die Dietrich hier. Ich weiß, wo die letzte Maske ist. Was wir nochmal gucken könnten, ist, ob ich dafür das blaue Auge da reinlegen kann. Das wäre noch eine Sache, das könnte ich mir angucken. Wenn nicht, bin ich erstmal... Ich muss nicht in den Innenhof. oder eigentlich zu Duke. Ich muss da hin. Die warten da. Wo ist sie hin? Da hinten ist sie. Hallo. Tschüss. Das ist richtig, ne? Ja. Die ist da unten. Sie können mir also nicht hier irgendwo in die Quere kommen. So. Jetzt mache ich safe. Haha. Du kommst nicht rein. So. Ey. Das Auge kann ich gar nicht legen. Warum nicht? Okay. So geht das immer. Aber vielleicht muss ich jetzt einfach irgendwo anders hin. Plan B. Kann ich hier nicht runter? Es muss doch irgendwo einen anderen Weg rausgeben. Das kann ja nicht sein, dass ich hier festhänge und diese scheiß Maske nicht mitkriege. Oder es gibt irgendwo eine zweite Maske. Die zweite Maske davon, die ich dann... Na, da macht ja auch keinen Sinn. Dann kann ich dir... Dann wäre die ja völlig unnötig. Es ist irgendwo eine zweite Maske gibt, die man da platzieren kann. Aber das macht keinen Sinn. Komm ich hier irgendwo? Aufspringen kann ich wahrscheinlich auch nichts. Würde wenig Sinn machen. Also, irgendwie gibt es ein... Es gibt aber auch keinen anderen Mechanismus irgendwie. Okay. Okay. Also, irgendwie sehr merkwürdig. Ich glaube, da muss ich mir noch mal Gedanken drum machen. Weil, das ist ja irgendwie... Strange. Ich hatte echt gedacht, dass diese Jagdtrophäe, die wir da hinten finden, dass das die ist. Das ist für die... Oder warte mal, oder? Muss die vielleicht? Ah ne, dann kann ich ja eh nichts machen. Dann kann ich das ja nur nehmen. Und dann muss ich irgendwas Alternatives da drauf packen. Familienfoto hier als Andenken. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht finde ich irgendwie was. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.